Was ist denn der Fastenstück? Was ist denn der Fastenstück? Was ist denn der Fastenstück? Ja, Mann! Ja, ja, ja! Wenn der sich besser geht, weiß ich auch nicht. Mal zu Recht, ein Riff von immer. Auf geht's, Jo! Jo, komm doch zu dir, Stahl! Ey, hör mir auf in meinen Hoden, ey! Wir sind gerade so zahm geschrumpft! Ja, Hüft noch ein wenig! Jaaa! Der Mann mit den Schwungfoten ist der Förner! Mit den Schwungfoten holen, holen, holen! Ich sage nur, es war schrumpelt, Eier, also! Komm, Dani! Jawoll! Ja! Ja! Wir wollen, dass wir keine Stammschützen mehr am Platz haben! Komm, Jo! So! Babyhop! Steig mal fax! Mann, ist ja! Bathis, Bathis, Blocklas! Hüft! 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 Lies! 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 Welche Ecke, würde sich entscheiden? Und, und, ja! Ja! Du warst nicht aufgeregt. Eins, zwei, drei, Schuss, Tor! Jawoll! Ja! Links, rechts, links, rechts! Erhügt, erhügt, erhügt! Tor! Nein! Jawoll! Johannes, was war da los? Na ja, das wäre ja jetzt nicht einfach. Ja! 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 Nein! Ja! 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 Geil! Ball schauen! Komm Michel! Ja! Ja! Ja, ja, ja... Ja, ja... Ja, ja, ja... Ja, ja!